Danke, ich fühl mich schon wieder besser. Ja, ja, das war nur so ein kurzer, kleiner Moment. Das Wetter, wissen Sie? Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war schon ganz gut so, ja? Hättest nur noch ein bisschen mehr rangehen können, ja? Ja, man musste dir mal merken, die Berührung oben, ja? Die überdeckt die Berührung unten. Der war eben nicht mein Typ und da bin ich einfach gehemmt. Du, wie kommst du denn den da? Wen? Da, geradeaus. War der da? Mhm. Oho, na also, nee. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Sag mal, der sieht da aus wie so ein, so ein splieniger Ami mit ein paar müden Trefflerschecks in der Tasche. Also wirklich nicht. Du, das Ene, muss ich dir mal sagen, Menschenkenntnis hast du aber überhaupt nicht. Ach, das wäre aber mein Typ. Bitte nicht. Oh, bitte. Na ja, alles gut. Du, aber, das Ene sagt ja, über deinen Ami-Tick, ja, müssen wir nachher mal diskutieren. Mach gut. Oh, entschuldigen Sie. Wo habe ich bloß meine Gedanken gehabt? Ist ja nichts passiert, gell? Ja. Ich bin ja auch nicht aus Porzellan. Das habe ich gemerkt. Das muss am Wetter liegen. Ja, oder ich bin ein bisschen blöd da gestanden. Wiedersehen. Wiedersehen. Ein super Tag ist das heute. Dollar, Dollar, Dollar. Nicht wie Dollar. Also wirst du langsam gehst mal auf den Nerven mit deiner Amis, wenn man bedenkt, was das für nette Schweizer gibt. Fränkli, ja, das wär's. Fränkli, das wär was Reelles. Hast du den Nerz gesehen, den sie angehabt hat? Da hat die Handtasche auch nicht mehr viel genützt. Außerdem hast du letzte Woche da den elektrischen Dosenöffner gekriegt. Mann, das fällt doch im Dümmsten, ob das hier weit nicht in Ordnung sein kann, wenn du jetzt auch noch mit so'n Dings da ankommst, mit so'n, mit so'n... Nerz. Genau, mit so'n Nerz. Und du stören wir nicht weiter. Was ist das nur hier? Polizeidienst aus... Oh, warte. Oh, mit mir schlecht. Dein Typ. Das ist dein Typ. Wisst du, was das ist da? Dein Typ. Das ist Herr Heidel, Herr Helmut, Herr Hauptwachtmeister. Das ist dein Typ. Und du hast gesagt, das ist ein Ami.